Episode 325. Open AI-Modelle von 3.5 bis 4.0 Mini. Wir bringen ein bisschen Licht in das Dunkle. Mehr dazu nach dem Intro. Los geht's! Schön, dass ich wieder in deinem Ohr sein darf oder auf deinem Screen. Je nachdem, ob du das Ganze jetzt hier siehst oder hörst. Und vielen Dank auch, wenn du ein Mitglied meiner Community bist, der Bildung Rock mit KI Community. Mittlerweile sind wir über 600 Mitglieder. Vielen, vielen herzlichen Dank dafür. Ich weiß, momentan ist Sommerzeit und viele sagen, ich komme jetzt gerade nicht dazu. Aber das bedeutet mir wirklich ganz viel, dass du Teil dieser Community bist. Und wenn nicht, werde einfach Teil dieser Community. Kostet dich ja nichts. Ja, ich habe es jetzt am Dienstag auch wieder erlebt in einer Prüfung zum AI-Consultant. Ich bin einer TÜV-Prüferin und ich prüfe auch die AI-Trainer. Und da ging es dann um Kosten auch. Und da wurde zu viel durcheinander geschmissen manchmal mit diesen ganzen GPT-Modellen. Und ich möchte dir jetzt auch ein bisschen Licht ins Dunkle bringen. Denn es gibt GPT-3-5. Es gibt GPT-3-5-Turbo. Es gibt GPT-4. Es gibt GPT-4-Turbo. Es gibt GPT-4-O. Und es gibt 4-O-Mini. So. Und da die alle GPT heißen, wird es natürlich ziemlich komplex, die alle auseinanderzuhalten. Welches GPT jetzt für was? Wie? Wann? Wie kann ich das machen? Fangen wir mal bei den kostenfreien Open AI-Accounts an. Ich habe es gerade nochmal ausprobiert. Ich kann keine Bilder generieren. Das konnte ich aber auch mit der 3-5er-Version im kostenfreien Konto nie. Das wird wahrscheinlich eine Begrenzung sein von kostenfrei. Und ich habe jetzt auch schon gehört, naja, weißt du, du brauchst gar kein kostenpflichtiges Konto mehr. Nimm das kostenfreie Konto. Dann hast du ja mit GPT-4-O zu tun. Ja, das stimmt. Hast du auch ganz viel. Und GPT-4-O ist momentan das modernste KI-System von Open AI. Allerdings kann es dir passieren, wenn du dein Limit erreicht hast, dass du runterfällst wieder auf 3-5. Das siehst du aber nicht, weil Shed GPT oder beziehungsweise Open AI schreibt den kostenfreien Account nur noch hin. Ich gucke jetzt auch vorsichtshalber nochmal nach, damit ich dir nichts Falsches sage. Sie schreiben hin, Shed GPT. Da kannst du alles mit machen. Oder du kannst ein Upgrade auf Plus machen. Aber du kannst nicht sehen, welches Chat-GPT-Modell gerade verfügbar ist. Und bei mir hat das gerade mit der Katzengenerierung nicht funktioniert. Ich wollte ein Bild von der Katze generieren lassen und hat mir dann einfach ein paar Bilder, die er eher im Internet gefunden hat, die er mir dann zur Verfügung gestellt hat. Also 3-5 war ein gutes Around-Modell. Und die Anwendungsfälle waren so Textgenerierung, Übersetzung, Zusammenfassung. Das konnte das 3-5 war ganz gut. Die Stärken waren vielseitig einsetzbar und eine gute Alltagssprache. Die Einschränkung war, es war weniger präzise als modernere Modelle. Es fällt natürlich jetzt stark ab zu 4-O, aber da kommen wir gleich noch drauf. Und es hat eine begrenzte Kontextlänge. Dann gibt es noch die GPT-3-5 Turbo-Variante. Auf die hast du im kostenfreien Account keinen Zugriff gehabt, sondern nur mit dem Plus-Account. Das war die verbesserte Version von 3-5. Sie war schneller und kostengünstiger. Die eignet sich besonders gut für Chatbots und Echtzeitanwendungen. Sie hat eine sehr schnelle Anwendungszeit und ist kosteneffizient. Das heißt also, du musst das so sehen mit den Kosten. Das bezieht sich jetzt auch ein bisschen, wenn du eine API-Schnittstelle benutzt. Also wenn du zum Beispiel eine Zapier-Anbindung machst oder eine Make-Anbindung, automatisierte Prozesse. Dann ist das hier nochmal anders relevant für dich auch. Und es hat die Einschränkung, dass es weniger präzise war als GPT-4. So, GPT-4 ist ein fortschrittliches Modell. Es hat multimodale Fähigkeiten. Entschuldigung. Die Anwendungsfälle sind bei komplexen Analysen. Du kannst auch damit Programmiercodes generieren lassen. Und es kann kreativ schreiben. Die Stärke ist, es hat eine hohe Genauigkeit. Und versteht den Kontext besser. Allerdings produziert dieses Modell auch, wenn du wieder an die API-Schnittstelle denkst, höhere Kosten. Und es hat eine langsamere Verarbeitung. Das muss man einfach sagen. 4 war recht langsam in seiner Verarbeitungszeit. Dann gab es GPT-4 Turbo. Das ist die schnellere Version von GPT-4. Die hat auch ein aktuelleres Wissen. Du kannst es bei Echtzeitanwendungen mit hoher Qualität sehr gut anwenden. Also, dann solltest du GPT-4 Turbo nehmen. Die Stärke ist, es ist schneller als GPT-4. Also, das lief wirklich sehr schnell ab. Es hatte aktuellere Informationen. Und war konsistenter als die Basisvariante von GPT-4. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass du besseren Zugriff drauf hattest. Und es war einfach in seiner Antwortqualität auch anders und geläufiger. Dann hat man jetzt vor ein paar Monaten GPT-4o, also Omni, rausgebracht. Das ist die neueste Version. Und das hat eine verbesserte Leistung. Anwendungsfälle, hochkomplexe Aufgaben. Und es ist für fortgeschrittene KI-Anwendungen. Es hat die höchste Genauigkeit. Das ist die Stärke von 4o und erweiterte Fähigkeiten. Allerdings, die Einschränkung ist, wenn man wieder an die Schnittstelle denkt, es verursacht höhere Kosten und es hat eine begrenzte Verfügbarkeit. Also, da gibt es eine Limitierung drauf. Deswegen gibt es jetzt auch noch GPT-4 Mini, also 4o Mini. Das ist die Kompaktversion von GPT-4o. Das ist so ein bisschen balanciert auf die Leistung und Effizienz. Aber OpenAI sagt selber, wenn du effizienter sein willst oder komplexer Aufgaben, dann nimm immer 4o und nicht 4o Mini. Anwendungsfälle, begrenzte Ressourcen. Es ist klein gemacht worden und zwar so klein gemacht worden, dass es auch auf mobilen Endgeräten laufen kann. Ich denke mal, das hat ganz viel mit der Apple-KI zu tun, weil da ja OpenAI auch draufwollt. Und deswegen gibt es jetzt wahrscheinlich Mini, was wir aber hier wahrscheinlich in der EU erstmal ähnlich erleben werden. Die Stärke ist, es hat gute Leistung bei geringem Ressourcenbedarf. Das heißt also, ich verbrauche auch weniger Energie. Und es hat eine schnellere Verarbeitung. Und du kriegst mehr Token rausgegeben, also mehr Text am Ende produziert von 4o Mini. Die Einschränkung ist allerdings, es ist weniger leistungsfähig als die Vollversion und hat einen eingeschränkten Funktionsumfang. Ist allerdings auch kostengünstiger, wenn man wieder an die API-Schnittstellen denkt. Und natürlich auch an die, ich sage jetzt mal, Kapazitäten von OpenAI, die hier zur Verfügung gestellt werden. GPT-3.5 und 3.5 Turbo sind so gute Allrounder für viele Anwendungen, wobei die Turbo-Version schneller und kostengünstiger ist. Die haben sie auch noch nicht abgeschaltet, weil, da habe ich mich jetzt mit dem anderen Prüfer auch drüber unterhalten, das ist aus dem Grund, weil ja viele automatisierte Prozesse noch mit 3.5 oder 3.5 Turbo laufen. Und da würden sie sich ins eigene Fleisch schneiden, wenn sie die alle vernichten würden und sagen würden, nee, jetzt machen wir das mal weg. Also da wird erst im Laufe der Zeit wahrscheinlich irgendwann 3.5 es nicht mehr geben. Die 4er bietet dir halt die höchste Genauigkeit und Top-Kontextverständnis, ist auch aber am teuersten und langsam in der Verarbeitung. Und wahrscheinlich ist das einer der Gründe, warum GPT-4 nur noch den Plus-Account-Besitzern zugänglich gemacht wird. GPT-4-O, äh, 4-Turbo so, da ist die Geschwindigkeit zwar verbessert und bietet aktuelleres Wissen, aber GPT-4-Turbo kannst du nur bei der API-Schnittstelle einstellen und nicht mehr bei OpenAI im Chat. Das funktioniert so nicht, es sei denn, du arbeitest mit dem Playground, dann könntest du es wieder machen. GPT-4-O, also Omni, ist das leistungsfähige Modell, ist aber auch kostenintensiver und möglicherweise in seiner Verfügbarkeit begrenzt. Und 4-O-Mini ist die kompaktere Version davon, allerdings in der Leistung und Effizienz dann ausbalanciert und für Anwendungen mit begrenzten Ressourcen sehr gut verfügbar. Würde ich dir jetzt empfehlen, deinen Plus-Account, den du hast, abzulegen? Nein. Ich bin kein Freund davon, an der falschen Stelle Geld zu sparen. Ja, man kann natürlich sagen, ja, ich habe ja 4-O und dann bin ich glücklich und zufrieden. Das stimmt. Du hast 4-O, aber du merkst es gar nicht, wenn du von 4-O plötzlich wieder runterfällst als 3-5. Weil das ist die Fallback-Option, die sich OpenAI hier behält. Und plötzlich kannst du nicht mehr mit Daten interagieren. Das wird automatisch erreicht, wenn das 4-O-Limit erreicht ist bei dir. Und das kriegst du gar nicht mit. Du kannst es dann nur sehen, wenn dann plötzlich wieder ganz komische Antworten kommen und du die feststellst so, hä, Moment, der hat doch gerade noch anders geantwortet. Ja, dann bist du wieder auf die alte Variante zurückgestuft worden, weil du das Limit erreicht hast. Ja, wir haben auch ein Limit, was die, oder wir haben auch eine Begrenzung als Plus-Account. Da habe ich mal ein bisschen nachgeguckt. Wir können 80 Nachrichten alle drei Stunden ungefähr schicken. Bei 4-O. Jetzt kannst du natürlich sagen, ja, 80 Nachrichten in drei Stunden geht doch eigentlich noch mal, Reike. Ja, das kommt darauf an, was du für Einsatzfälle hast. Das sind so ungefähr etwas über 25 Nachrichten pro Stunde. Aber je nachdem, was du machst, kommst du auf 25 Nachrichten in drei Stunden locker flockig hin, dann schreibst du auch schon mal 30 Nachrichten. Also, ja, aber ich kann als Plus-Account kann ich wenigstens noch dann sagen, okay, dann nehme ich jetzt für den Fall, nehme ich jetzt 4-O-Mini und für den Fall nehme ich 4-O. Dann kann ich da immer innerhalb der Chats auch ein bisschen umschalten. Weil sonst sehe ich auch erst im Nachgang, wenn ich die Token, also wenn ich das Limit erreicht habe im Plus-Account, sehe ich das auch erst im Nachgang, mit welchem der das jetzt generiert. Das finde ich ein bisschen manchmal schade. Ich fände es auch schön, wenn ich es innerhalb des Chat-Verlaufes umstellen könnte. Pass auf, für das nimmst du jetzt, so wie mit den GPTs, also dafür nimmst du jetzt 4-O, dafür nimmst du jetzt 4-O-Mini. Das wäre noch mal eine coole Variante, wenn wir da innerhalb des Chat-Verlaufes ein bisschen variieren könnten. Ich finde, du musst es am Ende für dich selber klären. Im L&D-Bereich, also Learning und Development, in dem wir Trainer, Berater und Coaches ja auch unterwegs sind und wenn es um das Thema Lernen geht, dann sollten wir gucken, dass wir für Chatbots da vielleicht eine kostengünstigere Variante benutzen und dann wäre es wahrscheinlich GPT-3-5 oder 3-5-Turbo. Du kannst auch sagen, wenn die Qualität gut sein soll, dann nimmst du halt 4-O oder 4. Da musst du dann aber immer gucken, wo die Preise liegen bei den Einzelnen. Und für komplexe Inhaltsanalysen oder die Erstellung hochwertiger Lärmmaterialien könntest du 4 nehmen, also Chat-GPT-4 oder 4-O. Und wenn du demnächst für mobile Lernanwendungen etwas machst und sagst, das ist genau mein Feld, dann würde ich auf das ressourcenbeschränkte, die ressourcenbeschränkte Umgebung gehen, weil so ein Smartphone, um es auf ein Smartphone laufen zu kriegen, brauchst du ja, du willst ja nicht das Smartphone komplett voll machen mit der Ressource, sondern dann werden sich die User auch ziemlich angekäst fühlen. Also nutzt du ressourcenschonende Modelle und dann wäre es das 4-O-Mini. Ja, dann lebst du auch mit der Einschränkung, dass das vielleicht nicht ganz so eloquent am Ende ist, aber es produziert halt viel Text und für komplexe Aufgaben nutzt du halt dann die 4-O-Variante oder die 4-O-Variante. OpenAI bringt jetzt auch bald, es wird gerade ausgerollt, das ist auch ganz aktuell seit gestern, möchte ich dir aber auch nicht verschweigen, also sprich seit dem 1.8. läuft es auch in der EU an, dass diese veränderte Kommunikation mit Chat-GPT jetzt auch so nach und nach die Plus-Account-Besitzer erreicht. Und da muss ich wirklich sagen, da macht es schon einen großen Unterschied aus, ob du Plus-Account-Besitzer bist oder der Kostenfreie. Denn erst dann, wenn die Plus-Account-Besitzer das haben, dann geht es auch runter an die Kostenfreien. Und da lasse ich mich jetzt sehr überraschen, wie das Ganze sich auswirkt auf die Sprachvariation. Denn das, was ich bisher schon gesehen habe, holy moly, das war schon ziemlich gut. Also plötzlich konnte ich Spiti auch ganz, ganz schnell zählen. Also für mich als Schnellsprecher super. Schweizerdeutsch kann er immer noch nicht. Ich habe jetzt auch was gehört heute noch mal. Schweizerdeutsch klappt auch mit denen nicht. Das ist so ein Versuch. Aber die Schweizer, die ich heute gehört habe, die haben gesagt, nee, das klingt nicht nach Schweizerdeutsch. Das ist eher so ein bisschen Mischmasch zwischen Englisch und Hochdeutsch. Aber noch nicht wirklich Schweizerdeutsch ist es. Es wird mit Sicherheit auch noch immer Ausnahmen geben. Es kommt auch darauf an, wo du aus dem deutschsprachigen Raum rauskommst, dann kann es auch sein, dass sich die KI auch teilweise nicht gut versteht. Ich nehme jetzt mal, ich sage jetzt mal, der tiefste bayerische Wald, da hatte ich auch mal einen Kollegen von, den habe ich auch so gut wie nie verstanden. Den musste ich auch immer sagen, du, tu mir einen Gefallen, sprich bitte Hochdeutsch mit mir. Ich verstehe dich sonst nicht. Also, geh nach dem, wo du halt wohnst, in Deutschland, in der Schweiz oder in Österreich oder sonst wo, irgendwo auf dieser wunderschönen Welt, dann, und du sprichst Deutsch, da kann es auch sein, dass du da auch Einfärbungen mit drin hast und die KI dich auch nicht versteht. Genau, das sind jetzt so diese einzelnen Vergleiche. Das ist jetzt nur mal der grobe Übersichtblick gewesen über das, was ich auch immer so mitkriege. Würde ich dir jetzt empfehlen, dass ich sage, kostenfrei, also kündige deinen Plus-Account und gehe auf kostenfrei. Ich würde es nicht tun und ich habe zwei GPT-Konten bei OpenAI. Ich überlege immer noch einen, in einen Team-Account umzuwandeln. Mal gucken, um das einfach auch jetzt den AI-Praktitionern mal zu zeigen, was hat denn das für eine Bedeutung, wenn ich einen Team-Account habe? Was macht denn das für einen Unterschied? Auch in dem Handling, denn du hast natürlich noch mal mehr oder du hast eine ganz andere Limitierung. Während die bei einem Plus bei 80 liegt, liegt die, glaube ich, bei den Team-Accounts bei 120 Nachrichten in drei Stunden und das kann, das sind 40 Nachrichten mehr. Also das ist schon ein großer Unterschied. Also da muss sich jeder selber auch überlegen, oder musst du dir überlegen, dann bin ich das bereit. Nur, wenn du jetzt irgendjemanden hörst und das kann dir ja überall passieren, weil ja KI ganz groß geschrieben wird und ganz viel sich darüber diskutiert wird, wenn dir jemand sagt, ja 4O Mini ist wesentlich besser als 4O, weil das ist ja das neueste Modell, dann weißt du jetzt, nee, das ist nicht ganz richtig. Es ist zwar das neueste Modell von OpenAI. Es ist auch ein ressourcenschonendes Modell, aber komplexe Aufgaben, da nimmst du dann immer 4O und nicht 4O Mini. Ganz einfach aus dem Grund, weil komplexe Aufgaben bist du, ja, aufgeschmissen. Darauf gehe ich auch noch mal ein in der AI-Partitioner-Ausbildung, die ja kommenden Monats startet. Da sind schon viele tolle Leute mit am Start. Wenn du mit am Start sein möchtest oder du sagst, ah, Mareike, der Termin passt jetzt nicht so wirklich, dann ist das auch kein Thema. Dann kannst du auch genauso gut sagen, schreibst du mir eine Nachricht auf Social Media oder per Mail, schickst mir eine Nachricht an lang-at-lerncoaching-podcast.de und sagst, bitte plan mich schon mal einen für den Termin im Herbst. Also es wird nicht im Oktober starten, ich ende ja im Oktober. Es wird nicht im Oktober starten, weil da habe ich eventuell einen tollen Auftrag, den ich ungerne absagen möchte. Es kommt jetzt auch darauf an, wie wir da zusammenkommen noch, aber das fände ich total schön, wenn das zustande kommt. Und der wird wahrscheinlich dann wieder im November starten. Also von daher plan mal ein, dass es im November startet und dann im Dezember vor Weihnachten endet, sodass du dann gestärkt ins neue Jahr gehen kannst mit dem Wissen, was du dann im AI-Practitioner auch nochmal bekommst. Und wenn du sagst, das interessiert mich, dann plane ich das vor. Ich habe jetzt noch nicht die neuen Termine, da bin ich gerade dran. Und von daher, schau dir das einfach an. Lass dir bitte kein X vor ein U machen. Ich weiß wirklich, dass es schwierig ist zwischen diesen ganzen Modellen auf, was ist denn jetzt was? Grunde brauchst du dir nur noch merken, 3,5 und 4,0 im Kostenfreien. Du kriegst es aber nicht mit, wenn OpenAI das umschaltet. Es sei denn, du möchtest irgendeine Aktion machen, die du nur mit 4,0 machen kannst, die du ja vorher im kostenfreien Account so nie machen konntest. Und wenn du dann plötzlich gesagt kriegst, nee, es funktioniert gerade nicht, dann bist du zurückgestuft worden von OpenAI, weil das Limit erreicht wurde. Wobei sie da nie sagen, wo das Limit liegt. Das finde ich echt schade. Und im kostenpflichtigen Plus-Account kannst du halt wählen zwischen 4U, 4U Mini und ChatGPT 4. Das sind die Modelle. Alle anderen Modelle, die ich vorhin gesagt habe, diese Turbo-Modelle, die sind nur dann für dich relevant, wenn du etwas für deine Lernenden planst und dafür eine API-Schnittstelle brauchst. Da musst du aber auch wieder separat an OpenAI zahlen und dann kannst du mit Automatisierung auch arbeiten. Das ist aber nochmal eine ganz andere Hausnummer. Wenn dich das Thema interessiert, Automatisierung, dann kannst du mir auch gerne eine Nachricht schreiben. und das kommt nämlich wahrscheinlich in einen der weiterführenden Module nach dem AI-Partitioner auch drin vor. Automatisierung. Was kannst du automatisieren? Wie kannst du automatisieren? Und da kannst du mir dann auch schon mal gerne eine Nachricht schreiben. Denn wenn es dann soweit ist, sage ich dir dann auch hier an dieser Stelle Bescheid. Ich hoffe, das hat dir jetzt einen guten Überblick gegeben, was du für was einsetzen kannst. Und ich wünsche dir jetzt erstmal noch einen schönen Sommer und wir sehen und hören uns dann beim nächsten Mal. Deine Mareike. Das war Bildung rockt von und mit mir Sandra Mareike Lang. Wenn du mehr erfahren möchtest über die Methoden und Technologien der Zukunft, dann klicke auf www.lerncoaching-podcast.de. Das war Bildung rockt. Das war Bildung rockt. Das war Bildung rockt. Das war Bildung rockt. Untertitelung des ZDF, 2020